Muss beide? Okay, jahla. So Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Wir befinden uns in der Hauptstadt von Spanien, Madrid. Mein Name ist Niklas Wilson Sommer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem YouTube-Kanal. Was mein Arsch in Spanien macht, ist nicht Salsa tanzen und auch nicht irgendwelche Paez essen, sondern David hat mir geschrieben, und wenn ich David sage, meine ich David Alaba, ob ich nicht Lust hätte, nach Madrid zu kommen, weil für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, ich und David, wir haben unser eigenes Team in der Icon League, Athletics DNA. Deswegen hat er gesagt, komm doch gerne vorbei, Maschine. Und ich meine, es gibt deutlich Schlimmeres, als nach Spanien zu fliegen und David Alaba in Madrid zu besuchen. Das ist so, das ist wie wenn du an... Bisschen leiser? Weihnachten, ich habe keinen Vergleich. Wie gesagt, ich habe keinen Vergleich. Wenn ich einen Vergleich finde, werde ich ihn direkt losschieben. Aber ich werde jetzt zwei Tage in Madrid bleiben mit David. Ich hoffe, ich kann euch ein paar coole Einblicke gewähren. Ich hoffe, ihr lernt David ein bisschen besser kennen. Und was richtig ist, lasst gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal, weil das Ganze ist kostenlos. Komm schon. Und ja, viel Spaß beim Video. Hallo Madrid! Ich bin in Madrid gelandet, was heute ansteht. Ich werde euch mitnehmen zu einem Stadion-Vlog. Heute spielt Real Madrid und wir gehen ins Stadion. Ich werde euch mitnehmen. Ich hoffe, ihr werdet einen coolen Stadion-Vlog haben. Real Madrid gewinnt. Ich sehe zufälligerweise noch Kim Kardashian. Dann fragt mich Jude Bellingham nach einem Foto. Ich sage nein, weil ich gerade mit Kilian MAP ein Foto mache. Ja, so ist der Plan. Wie er umsetzbar ist, ist wieder eine andere Sache. Aber es wird geil. Es wird geil. Das ist das Wichtigste. Ja, das andere gucken wir auch. Wir gucken beide. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich hier zu sein. Ich bin dankbar, hier zu sein. Und we will see. Yeah, yeah, see, 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 see. So, ich bin gerade auf dem Weg ins Hotel. Ich muss tatsächlich sagen, ich war, also ich war schon mal in Madrid. Aber Madrid konnte mich jetzt... Ficken, Sane, so nämlich. ...noch nie komplett aus den Socken hauen, weil ich eine Meinung habe. Und das ist ein verrückter Fact. Verrückter Fact? Jetzt kommt's. Aber ich glaube, man kann nichts dagegen sagen. Problem am Spanien ist... Alekumsalam. Sie können kein Englisch. Das heißt, die Kommunikation ist nicht leicht. Nee, du kannst krass Englisch, Willi. Stimmt. Und die spanische Küche ist auch nicht krass. Ich war noch nie in Spanien irgendwo essen, wo ich sage, boah, das hat mich aus den Socken gehauen. So, ich bin im Hotelzimmer angekommen. Deswegen gibt's jetzt eine kleine Roomtour. So, das ist das Bad. Eine Badewanne. Nicht verkehrt. Großer Spiegel, immer gut. Waschbecken. Und hier wird gearbeitet. Neben dem Platz, vor dem Spiel und nach dem Spiel. Toilette. Aber ich sag euch, Toiletten in Richtung, wo die Tür aufgeht, Salat. Aber meckern auf hohem Niveau. Dann gehen wir weiter. Hier haben wir einen Spiegel. Und hier haben wir... Fatal. Fatal. Zwei nebeneinander. Fatal. Einen Schlafbereich. Der Schlafbereich sieht auch wirklich cool aus. Hier im Fernseher. Also das ist wirklich komplett satisfied. Also wirklich, ich kann mich nicht ansatzweise beschweren. Deswegen vielen, vielen Dank. Um euch mal abzuholen, was der Plan jetzt ist. Ich hab keinen Plan. Ich hab keinen Plan. Ich werd jetzt David schreiben, was geht. Ob er einen guten Morgen... ...hatte. Und dann werd ich mich komplett leiten lassen. Ich werd mich... Ihr müsst sagen, wenn's wieder richtig summt oder so, ne? Spanisch sorglos leiten lassen. Und ich werd euch einfach mitnehmen. Und hoffen, dass ihr einen coolen Tag zu sehen bekommt. Dass ich einen coolen Tag habe. Und ich sage es jetzt. Ich glaub, heute wird ein richtig geiler Tag. Und ein richtig geiles Video. Ich hab's irgendwie in der Pisse. Es gibt Sachen, die werd ich nicht verstehen. Heute wird Auge gemacht, ja. Ja, du fährst von Barcelona, bist du gekommen, ne? Ja, direkt. Nach Madrid, um Auge zu legen. Nein, also klar. Digga, seitdem Anton Auge macht. Ich spiel morgen, aber ich glaub nicht von Anfang. Mann, weil ich ja zehn Tage weg war. Seitdem Anton so sehr Auge macht. Seitdem gewinnt real alles. Okay, Flash, Bruder. Ich weiß nicht. Nimm's nicht so ernst. Spiel aus Spaß. Sam, Dankeschön für zwei Monate. Der zweite, der wichtigste. Dankeschön. Ja, lege ich immer ein bisschen Auge. Aber ganz ehrlich, ich würde sogar wollen, dass Mbappé heute ein paar Mal trifft. Ehrlich? Ja, weil ich dieses Ambiente mitnehmen will. Ich hasse für die Leute, die es nicht wissen. Anton ist nicht nur ein sehr guter Freund, sondern auch jemand, und jetzt festhalten, den wir den Arsch versohlen werden am ersten Neunten. Ah, das glaubst du wohl du. Hier, erster Neunter, Matchday, Frank Ribery, David Alaba, Niklas Wurzensommer und Anton Vizcabasa. Hast du's gesehen? Ja, ja, ich hab's gesehen. Das ist geil. Deswegen, lass gerne nur bei uns ein Follower da. Das ist unsere Instagram-Seite. Oh nein, Spaß, lass doch gerne bei VariaClick ein Instagram-Follower da. Und ich find's sehr, sehr, sehr schön, Anton, dass du mich hier besuchst in Madrid. Wird spannend, Willi, am Sonntag, ja. Weißt du, wer der zweite Gast sein wird nach dir? Alaba. Ja. Kleine Steigerung, ne? Ja, ist okay. Wir gehen jetzt noch ein bisschen spazieren. Soll ich euch mal was sagen, was bei Anton richtig krass ist? Er ist so ein heftiger Cheat-Code, weil er kann Spanisch. Ja, diri, hermano. Ich spiele heute gegen Real Sociedad. Oh mein Gott, ich denke bis heute... Ja, ich weiß. Bruder, weil meine Augen am Arsch sind, deshalb binze ich soft. Ich denke bis heute, dass sie gegen Real Sociedad spielen. Bruder, ich sag euch ganz ehrlich, Leute, ich sage, wir kommen auf jeden Fall unter die Top 3. Und ich meine es wirklich ernst. Also es ist... Meine Einschätzung. Aber mal gucken. Vielleicht noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken, Sonntag erstes Spiel. Wie wir uns schlagen. Ob wir gewinnen oder nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wie peinlich ist das denn? Nein, nein, das ist sogar... Ich glaube, Valladolid... Ah nein, Vallecano ist in der Nähe von Madrid. Das ist ein kleines Derby. Oder? Ist Valladolid auch von mir? Ich warte mal. Also an der Stelle gibt es nichts weiteres als, Ich schätze wirklich mein Team so gut ein. Ich sage, wenn unser Team so spielt, wie beim Training, was ich gesehen habe, dann ja. Prediction gegen Sitz-Team, wir gewinnen. Sag ich. Die Schere zu heben, weil... Ist ja richtig krass unangenehm. Mein ganzer Vlog, mein ganzer Flug war falsch eingeschätzt, weil ich gedacht habe, ich bin gegen Real Estate. Also ich bin hier, weil ich gedacht habe, Real Madrid spielt heute gegen Real Estate. Sag ich auch. Anton und ich laufen hier gerade so ein bisschen durch Madrid und ich muss wirklich sagen, also das Wetter spielt eine große Rolle. Es ist wirklich wunderschön warm, aber die Stadt ist auch sehr geil. Gleich die Hauptstraße links, die können wir. Das ist Baba-mäßig. Da ist auch Ronaldos Hotel zum Beispiel. Das machen wir jetzt nicht. Hä? Das machen wir jetzt nicht. Ja, können wir vorbeischauen, ne? Ich weiß nicht, ob das auf Video so rüberkommt. Wir können auch mal gerne jetzt ein Bild einblenden von David, wie er hier die Meisterschaft feiert. Und den Champions League Titel selbstverständlich, weil hier fährt die Mannschaft immer vorbei mit dem Mannschaftsbus und da ist ein richtig geiles Foto entstanden. Und... Da steht es auf Banco de España. Von Haus des Geldes. Aber das wurde woanders gedreht, aber eigentlich ist das die Banke von Spanien. Anton ist ein richtig guter Tour-Guy, weil, fun fact, Leute, das ist die Bank von Spanien, von Haus des Geldes, aber gedreht wurde sie woanders, nämlich beim Ministerium. Falls ich irgendwas falsch gesagt habe, korrigiert mich, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das stimmt. Yes, die find's in meinem Bruder. So. Und das sieht unglaublich aus. Ich weiß, das hat zwar jetzt nicht viel mit dem Fußball-Vlog zu tun, aber ich weiß nicht, ob es hier das fühlt und ob dieser Call nicht... Doch, sieht schon sehr schön aus, muss ich sagen. Sieht schon sehr schön aus. ...verrückt ist, aber umso älter ich werde, finde ich sowas umso schöner. Guckt euch mal bitte an, wie das ausschaut hier. Für mich war das schon immer so. Ich fand sowas schon immer schön. Unglaublich schön. Also das ist Wahnsinn. Auch kleiner Funfact, hier war das Hotel von mir und Sydney, wo wir zum ersten Mal Toni Kroos auch kennengelernt haben und für die Eiken League geshootet haben. Das war schon von der Lage ein unglaubliches Hotel. Guckt euch das mal an. Hä, Messi? Alle drei Versionen auf. Hä, Messi? Hä, Messi? Machst du dich jetzt auch... Das ist ein Gewinnspiel. Ja, ja, ja. Leute, der nennt sich Barca-Fan. Anton, bevor uns und Wege sich trennen, gib mir jetzt einen Ergebnis-Tipp ab. 5-1. 5-1? Hatte ich immer viel. Was? Okay, okay. Unterschreibe ich. Ich gehe, bevor dann wieder irgendjemand sagt, ich habe es nicht als erstes gesagt, mit einem 4-1 für Real Madrid. Ach, guckt euch das mal hier an, wie schön das Ganze ausschaut. Das ist wirklich unglaublich. Ich weiß auch nicht, ob das Ganze immer so auf Video rüberkommt, aber ich laufe hier mit einem unglaublich schönen Wetter durch Madrid, habe ein paar Geschenke für euch. Wir schreiben jetzt schon mal, wenn ihr das Video seht. Danke, David. Und wenn ihr das Video jetzt schon mal seht, unbedingt DNA Athletics auf Instagram folgen, weil mehr Bedingungen gibt es nicht wirklich. Mir auf Instagram folgen, Kanal abonnieren und DNA Athletics. Und was hier drin ist, könnt ihr euch denken, kein Trikot vom MAP. Nee, ein Trikot von meinem Bro. Ja, aber schaut es euch an. Ich laufe jetzt Richtung Hotel, um euch mal abzuholen. Da wartet auch schon mein Kameramann. Der nächste Call ist dann, dass wir abgeholt werden von David und Richtung Stadion fahren. Okay, Freunde, es ist soweit. Jetzt kommt ein ganz verrückter Flex. David holt uns gleich ab. Und wir gehen ins Stadion. Wir gehen ins Estadio Santiago Bernabeu. Das ist für mich das erste Mal im umgebauten Stadion. Es ist das erste Mal. Ich war noch nie in Santiago. Wer war von euch schon mal im Stadion bei Real Madrid? Wer von euch war schon mal bei Real Madrid? Ich war noch nie da, ne? Ich glaube, es ist schon galaktisch. Der Heimspiel von Kylian Mbappé und Adé Güler spielt heute von Anfang an. Was passiert hier? Also ganz verrückte Sachen. Und nächster Caller Flex. Wir sind auch stadiontechnisch ausgerüstet mit der richtigen Nummer im Bag. Yes. Sagt mal, wie ihr das Trikot findet. Ich weiß nicht, was sind wichtig besser. Ich werde, wenn ihr in den Kommentaren irgendwie schreibt, Bruder, steht hier unglaublich, werde ich David fragen, ob er vielleicht einen Trikotsatz übrig hat. Auf jeden Fall, ich bin unglaublich geheilt. Ich war in der ganzen Zeit in der Stadt noch Sightseeing machen und das habe ich sehr, sehr, sehr genossen. Aber jetzt freue ich mich umso mehr auf Stadion und wir sehen uns als nächstes im Auto mit David oder im Stadion. Also, wir sind gerade auf dem Weg und neben mir sitzt nicht Louis Hamilton, sondern David. David ist ein 1er Fahrer. Großes Kompliment. Ergebnis Tipps. 4-0. Ich glaube, Alaba ist voll der ruhige, entspannte Typ. Ich glaube, Alaba auch sehr gläubig. Ich glaube, der ist so ein richtig so ein Familienmensch. Einfach auch so so richtig gechillt, so sympathisch sowieso. Aber ich glaube, so richtig Familienmensch, entspannt, ruhig. Wisst ihr, was ich meine? 4-0? Ich habe 4-1. 4-1. Das ist das für ein Stadion, ich schwöre. Keine Ahnung, wo sie sind. Das ist irgendwo unter dem Stadion, ne? Ja. Für die Leute, die den guten Mann an meiner Seite nicht sagen. Hola, buena. Das ist nie unter Recht für die Leute, die den guten Mann auf meiner rechten Seite nicht kennen. Das ist Kobli. Bell wird sein bester Freund. Rechte Hand, bessere Hälfte, weiße Hälfte. Ich darf. Hola. Der zeigt uns alles. Hä? Ich habe nicht gecheckt. Ja, nicht schwarze dürfen zu weißen sagen, aber andersrum, okay. Ja, wir machen jetzt einen Stadionrundgang. Mal alles zeigen, dass wir... Auf Platzrunden. Also wirklich, ich habe das Gefühl, ich bin in irgendeinem großen Einkaufszentrum. Das ist so unglaublich. Und alle sind freundlich zu mir, weil sie denken... Yes! Wir werden euch mal ein paar Rohaufnahmen hier reinbringen, wie das hier ausschaut, aber noch nie gesehen. Bruder, du musst überlegen. Ich war einfach mit Elders und musste sie vor allem... Ich sage euch, Chad. Iken League in den nächsten drei, vier Jahren. Ich weiß nicht, warum. Aber ich sage, das wird alles auseinandernehmen. Habe ich nicht gesehen, ne, Philippe. Ich sage, Iken League wird alles zerbomben. Tag noch in irgendeinem schlechten Club. Wer geht's? Leben wir mal schlechter, ja. Also wo wir jetzt hier gerade sind, das wird so ein verrückter Block. Das ist die Family. Ich gehe, was geht, Bruder. Komm her. Und wir filmen. Also wenn du filmst, macht die Kamera nicht so auffällig. Oder was? Egal, es wird schon. Also... Ab hier merke ich spätestens, dass ich kein Fußballer bin. Ganz krass. Hobby, Hobby. Boah, Alter. Alter. Boah, tschüss, ey. Also das ist wirklich... Die witzige Tomate. Vielen, vielen Dank für den Prime-Sub-Kuss. Liebe geht raus. Dankeschön. Ich habe gerade Kim Kardashian gesichtet. Oh mein Gott, wenn ich sie sehe, filme ich... Warum ist die überhaupt... Was hat die da überhaupt gemacht? Ich weiß das sogar. Aber... Einfach mal so... Die feiern gerade den Supercup. Da ist der R9. Auf jeden Fall. Die Atmosphäre. Also... Keine Ahnung. Was hat die mit Jude? Wer mir was anderes erzählen will, aber wenn du vom Fußballprofi geträumt hast, dann reden wir von mir. Ah, das wird mir... Unglaublich. Das ist so... Ja, es... Sieh sie nicht hoch... Ah, da, mit Käppi, oder? 1966, 1969, Andy. And now. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Digga, Valverde ist so krass. Come on, Bandt. Come on. So, ersten 30 Minuten vorbei, das Highlight ist bis jetzt immer noch das Stadion, weil Madrid hatte erst einen Abschluss und das war von Mbappé, aber bis jetzt ist so, zieht sich wie ein Kaugummi, noch keine geile Aktion. BZ mein Bruder, Dankeschön für 22, vielen Dank. Tim, feinte Pro war schon. Feinte, sagst du? Er muss es wissen, er muss es wissen. Wer reingegangen, hätte ich mir von Mert und allen Fenerbahce-Fans und Türken anhören müssen, dass Adel Güller der nächste Messi ist. Ich sage, erste Halbzeit, Fantasie-Halbzeit. Das Verrückte ist, ich habe vier... Digga, ich finde Alaba so sympathisch, wow. Seine Aura ist einfach so eine ruhige Aura, wisst ihr was ich meine? So, wie kann man es so, so, so ein Mensch, der so richtig ruhig ist, eine ruhige Seele, man kann es so, man kann es gar nicht so erklären. 4-1, ey, was heißt das, 4-0? 4-1, 1, 4-0. Und, David, 5? 4-0. 4-0. Ja, wir haben ja noch eine Halbzeit. Ja, eben. Wir sind wieder lang, schießen fünf Tore, also vier. Ich sage, wenn du vier Tore schießt, schneidest du mal eine neue Glatze, du darfst sie mich schneiden. Ja. Dann gibt es heute eine Glatze, ja. Ja. Also nochmal, wie krass. Digga, es ist ein bisschen so wie, so wie, so wie American Football Stadion, ma? Ich höre, das ist wie showmäßig. Was kommt, das Trikot? Gut, ne? Bei 10. Hä? Bei 10. 20. Nein, 15. 15. 15. Mach 60. Bei 15.000 Likes. Fragen wir mit einem kleinen Schwenker jetzt auf David, ganz kurz mal nur so rüber. Fragen wir, ob er einen Trikotsatz übrig hat. Auf ganz frech. Im Österreicher Akzent. Ist urgeil. Ich sage, Tor. Hier hörst du es als erstes. Du willst es jetzt, oder? Ja, ganz, ganz. Ja. Ich sage, ich sage, ich sage, ich sage jetzt. Ja. Haare wild! Oh, 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 oh! Also ohne zu übertreiben hat der Gülle schon locker ein Tor machen können, aber jetzt nicht negativ gemeint, sondern an meine türkischen Brüder, er hätte ein Tor machen können und spielt gut. Die Ballannahme, wow, kann sein, ich hätte mir irgendwas geholt. Aber der letzte Ball war nicht gut. Fäga, Vini ist so ein geiler Spieler, meine. Das war's. Das war's. Nö, wei, wei, wei. Das war's. Das war's. Majestätsbeleidigung Majestätsbeleidigung Amiguel, Bruder, das musst du nicht, das musst du nicht, da musst du kein Timeout geben, wenn er, wenn er Vini unsympathisch findet Ich sage es ungern, aber Dennis hat es gekrollt Bobby Na, hast du gerade Angst, dass noch Glatze kommt, Willi? Ja Ich sage euch, er hat so geschwitzt, er dachte sich, wenn die noch eins machen, er hätte safe rausgeschnitten Ich bin nicht blöde, check das Bobby schaltet den Triff Bobby schaltet den Triff 3-0 Schrift-und-Wagen-Test Yes Schoki für Schoki Schoki für Schoki Macht man nicht Isst man das Ganze? Ja, ja Ich wusste nicht, ja So, Freunde, das war Tag 1 in Madrid, Stadionblock, mit niemand anderem als David Alaba Das ist eine Premiere, warum? Du hast noch nie einen YouTuber-Autor gemacht, ne? Ne Showtime Ich gebe dir so ein Beispiel, wenn man... Oh mein Gott Oh mein Gott Bruder, was ist das für ein Typ, ja? Wie kann man so sympathisch sein? Oh mein Gott Krass Überleg mal, Digga, der ist... Wisst ihr, was der Mann verdient? Ich liebe so eine Menschen, wisst ihr, wa? Digga, der verdient... Was verdient der? Bestimmt 20 Millionen, wenn nicht sogar mehr Und guck mal, wie er einfach drauf ist Crazy David Alaba Das ist eine Premiere, warum? Du hast noch nie einen YouTube-Autor gemacht, ne? Showtime Ich gebe dir so ein Beispiel, wenn man... Ja Digga, wie kann man so sympathisch sein? Geisteskrank Für alle, die das Video genossen haben, lass ein Like da Kommentieren Like Abonnieren Kommentieren Und abonnieren Und was noch? Einen fehlt noch Schauen Auch gut? DNA Athletics auf Instagram folgen Das sowieso Das sowieso Weißt du? DNA So, ich bedanke mich nochmal bei David, weil das ist nicht selbstverständlich Ich war heute in Räumen und habe Menschen gesehen Das glaubt ihr alles nicht Hinter uns ist Kim Kardashian Ja, Kfk, Kfk, Kfk Das ist nicht cringe, Bruder Das ist einfach... Wenn jemand so eine Ausstrahlung hat So eine Aura Dann kann man es auch mal sagen Punkt Es geht Es ist also so ließ aufzusehen Nicht mehr Aber vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit Ich hoffe das Ganze hat euch gefallen Und in diesem Sinne Es geht Es geht Es geht Es ist so heiß Es geht Es geht Es geht Es geht Es geht